Musik Mein Name ist Annette Fischer und ich arbeite hier im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven im Bereich Bildung und Vermittlung. Musik Das Herzstück des Museums ist eindeutig die mittelalterliche Kogge von 1380, die ihr auch im Hintergrund seht. Musik Zusätzlich gibt es hier in der Ausstellung viele Stationen zum Anfassen oder zum Ausprobieren. In der Sommersaison haben wir die Museumsschiffe im Museumshafen geöffnet und 2024 werden wir die neue Dauerausstellung eröffnen. Musik 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 Musik